Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge, YouTuber vs. Zuschauer. Ich hab immer noch meinen komplett hässlichen Smiley-Kopf auf hier. Ähm, ja, genau, wir moven gleich jemanden wieder direkt hoch. Bei der letzten Folge vorgestern war ich ja auf Discord, hab das Ganze aufgenommen. Jetzt nehm ich gerade direkt noch eine Folge auf, auch wieder auf Discord. Und ihr das nächste Mal machen wieder ganz normal YouTuber vs. Zuschauer über TeamSpeak. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich RyanXCole, da kündige ich meiner Story immer an, wenn ich wieder eine Folge aufnehme. Und ja, ich würde direkt sagen, wir moven einfach jemanden. Äh, ne, ganz wichtig, Freunde, vorher, bevor wir jemanden moven, lasst doch gerne mal ein Like da. Okay, und jetzt move ich einfach direkt jemanden. Ähm, oh, hier sind einfach viel, viel mehr, als gerade da waren. Hauptsache, ich seh schon wieder Leute, die auch auf dem TS schon damals dabei waren. Die versuchen's auch immer wieder. Hier heißt jemand, Ryans Vater wird dich zerstören. Ich nehm jetzt einfach den, weil das ist ja mein Papa, den muss ich moven, Freunde, sonst krieg ich Ärger von ihm. Ähm, hallo? Papa? Hallo? Ja, hi, Papa. Alles klar? Bin ich jetzt, äh, in den YouTube-Roses Zuschauer? Ja. Oh, geil. Oh, Mann. Ja, alles klar, alles klar, Papa? Lang nichts gehört. Alles gut bei dir? Ja. Wie heißt du Ingame? Der coole Dude. Der coole Dude, okay. Bist du auf dem Gommelserver? Schon on? Ja. Okay, dann lade ich dich mal ganz kurz ein. Was möchtest du denn spielen, der coole Dude? Als erstes Aura. Oh, jetzt ist schon alles geplant hier, als erstes das. Als zweites Aura und als drittes Aura. Okay. Das ist aber belastend. Aura bin ich nicht so gut drin. Hier stehe ich. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Du das? Ja. War ich mit dir genickt, oder wie? Ja. Achso, okay, komisch. Voll lang. Ich bin ja in der Party. Da müsstest du mich normal sehen. Ja, gut. Machst du Butterfly klicken oder sowas? Ja. Da habe ich ja jetzt richtig Angst. Butterfly klicken, dann auch in Aura. Oh boy. Du hast ja gerade schon im Discord geschrieben, ich muss dich moven, weil du bist mein Vater. Ich wollte keinen Hausarrest kriegen, deswegen. Ja, genau. Das ist hochgemacht. Nee. Oh mein Gott. Was? Nein. Oh. Digga, das war so knapp. Ja, das war richtig knapp. Ich dachte schon, ich bin tot. Meine erste Endappelle ging komplett daneben. Ja, komm. Flieg nochmal in die Lava vielleicht. Nee, dich lasse ich nicht regalieren. Nein, nein. Oh. Oh. Kommt die an? Als ob. Jo. Jo. Ganz knappe Sache hier. Als wenn die angekommen ist. Oh oh, das ist gar nicht gut. Das gefällt mir nicht. Zack, geh doch nochmal kurz in die Lava. Ah. GG. Verbrannt. So, als zweites. Was war das nochmal? Ah ja, Aura wollte es glaube ich nochmal spielen, ne? Wir müssen auch eine Bestrafung ausmachen, ne? Ja. Ich bin natürlich wieder für den Klassiker. Also ich hab's nur nur für eine Bestrafung. Oh ja, dann schieß los. Du musst dich so nennen. Rian X Kohle. Okay, aber mit meinem zweiten Account kann ich das machen. Wenn ich verliere, nenne ich mich so. Und ich würde sagen, wenn ich gewinne, dann machst du meinen Skin rein für eine Woche. Ja. Ist das ein Deal? Das ist der beste Skin der Welt. Mein Skin? Oh, danke. Wieso hast du den da noch nicht drin? Ja, ähm. Den hab ich vergessen. Ja, kann ja mal passieren, ne? Oh mein Gott, ich dachte kurz, ich hab schon gewonnen. Aber du kannst gar nicht mehr so viele Enderperlen haben, glaube ich. Oh, komm, hier. Dein Knockback-Stick, den geb ich dir mal wieder. Wo ist der? Da. Weil ich so ein Ehrenmann bin. Rian X Ehrenmann. Oh. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ja. Zack, zack. Hä? Leuch, die Enderperle ging jetzt nicht. Okay, wo bist du da? Toll, jetzt bin ich extra hochgesprungen. Ich hab mich zu dir hochgepeult. Ich hab keinen Enderperlen mehr. Oh, das ist gut zu wissen. Dann hab ich ja jetzt gewonnen. Ah, belassen. GG. Mal, jetzt hast du ja schon gewonnen. Ja, ich hab schon gewonnen. Aber wir können gerne noch eine dritte Ehrenrunde machen. Trotzdem Aura oder was anderes? Wir können auch gerne nochmal Aura machen. Aura. Aura, okay. Wo bist du? Hier, ich stehe jetzt vor dir. Bist du dieser Captain American? Weiß ich nicht. Ich sehe meinen normalen Skandalen machen. Aber ich hieß wohl Vivian 6Z. Ja, bist du. Ja. Ist Aura dein Lieblingsmodus? Nicht wirklich, aber ich spiel's manchmal. Okay. Was spielst du denn sonst? Bad Wars auch oder was anderes? Ja. Willst du Aura 1, weil du denkst, da kannst du mich besiegen, weil ich darin schlecht bin? Ja. Oh nein, du wachst im Boden, ne? Oh mein Gott. Das war ganz knapp, aber das haben wahrscheinlich alle Enderpellen gekostet. Oh mein. Oh Gott, oh Gott. Ich hab keine Enderpellen mehr. Oh, belastend. Das war gerade, ich war gerade auch einfach im Boden drin. Ich hatte noch eine Haare. Als ob. Ich wollte es verarschen. Hast du mich geprankt hier? Ich merke schon. Richtiger Prankster. Damit du denkst, du gewinnst jetzt. Ah, okay. Aber ich gewinn ja auch. Und zwar genau jetzt. Ah, das stimmt. Oh, verdammt. Nein. Oh Gott. Da. Nein. Oh. Was? Lol. Das ist eine Plattform. Als ob. Wie Glück kann man das? Aber jetzt bist du da. Aber das war ehrlich krass, als ob du da auf der Plattform gelandet wirst. Heftig. GG. Da hab ich wohl gegen meinen eigenen Vater gewonnen. Darf ich fragen, wie alt du bist oder ist das geheim? Privat. Ist privat, okay. Die Zuschauer dürfen das halt nicht wissen. Ah, okay, okay. Aber du bist ja auch schon 60 oder so, wenn du mein Vater bist. Natürlich. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen. Hast du noch Abschlussworte? Irgendwas? Irgendwann grüßen. Ja, kannst du gerne machen. Ähm, ja. Meine Familie. Deine Familie. Okay. Dich und Tadiano. Genau, ja. Mich und meine Schwester, ne? Ja. Und deine Frau. Ja. Okay, super. Dann move ich dich mal wieder raus, falls ich das hinkriege. Hier bei Discord brauche ich immer ein bisschen. Und ja, dann danke fürs Mitmachen. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. So, Leute. Dann habe ich gegen meinen Vater gewonnen. War natürlich unhöflich, von mir nach seinem Alter zu fragen. Ja, das macht man nicht. Ja, ältere Leute, fragt man nicht nach ihrem Alter. Aber gut. Ähm, ja. Das war eine schnelle Runde. Eine kleine Folge heute. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Leider keine 10 Minuten. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich pleite gehen. Aber egal, Freunde. Ähm, ja. Wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram. Da kündige ich immer an, wenn ich YouTuber versus Zuschauer aufnehme. Ähm, nächstes Mal machen wir das Ganze wieder über meinen Teamspeak. Und was mit den ganzen Boys? Warten die hier noch auf dem Discord? Ja, ich join gleich nochmal kurz zu denen rein. So, und sag denen so, yo, sorry, dass ihr nicht dran wart. Ist jetzt vorbei. Nochmal kurz für die ganzen Leute, die hier auf Discord gewartet haben. Mann, die Armen. Ich bin schon so nie auf Discord online. Und die sind alle auf meinem Community Discord. Aber ich nutze halt einfach immer nur Teamspeak. Ähm, aber ja, gut. Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.